Moin, ich bin Konsti aus The Vegan Eagle und heute stelle ich euch exklusiv meine Lieblings-Nuss-Nougat-Cremes vor. Und zwar habe ich euch fünf verschiedene ausgesucht, alle sind Bio, manche davon Fairtrade oder sogar alle Fairtrade. Schauen wir einfach nochmal genau ins Detail. Ich zeige euch fünf Stück, wie ich schon gesagt habe. Einmal die Nuss-Nougat-Creme von Rapunzel, dann die Nuss-Nougat-Creme von VEGO. Ja, das ist der VEGO-Bar, quasi im Glas zum aufs Brot schmieren oder nur so löffeln. Wer weiß. Aus Österreich die Zotter-Nuss-Nougat-Creme, was ganz was Besonderes, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann haben wir aus Italien eine Schoko-Nuss-Nougat-Creme, die sehr nah an das kommt, was die meisten von euch als konventionelle Nuss-Nougat-Creme aufs Brot schmieren. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes von Koro. Und zwar ist das keine klassische Nuss-Nougat-Creme in dem Sinne, es ist nicht irgendwelches Fett zugesetzt, nicht irgendwelche Milchpulver oder Ersatzmilchpulver, sondern was ganz anderes. Mehr dazu und der exklusiven Test, wie was schmeckt, gibt es auf Instagram. Also schaut einfach auf unserem Instagram-Kanal vorbei und lernt dort, wie die Nuss-Nougat-Creme geschmeckt haben. Alle diese Produkte sind selbst von uns bezahlt, also hier geht es nicht einfach nur um Werbung, sondern hier geht es darum, was uns oder mir am besten schmeckt. Also viel Spaß dabei, schaut euch den Test exklusiv aus Instagram IGTV an. Ja. 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 Vielen Dank.